Hallo liebe Internetfreunde, liebe Internetfamilie, ich stelle euch vor, ich habe hier einen schönen Klassiker gefunden, einen alten Saab nach Schweden, noch der Originalpanzer von früher, ein richtig schöner Oldtimer, mit richtig dicken Blech und sehr sehr gutem Zustand innen durch, die Sitze, die sind ja bis auf dass sie hinten ein bisschen vergilbt sind, neuwertig, und sehen sehr bequem aus mit diesem Velour, das ist der 179.000 km da drauf, der Saab, jetzt müsst ihr mir helfen, welches Modell ist das, das ist der 900er.